Und, warum geht's heute? Wie bitte? Worum es geht? Ähm, steht's um Eishockey, ne? Eishockey? Und wohin? Was heißt, Krimmetschau? Krimmetschau. Ostdeutsche Grenze Richtung Polen. Ja, keine Ahnung. Dresden, ne, Dresden ist wohl eher die tschechische Grenze, ne? Ja, ja. Und gewinnen die heute, oder? Ja, knapp, aber wir gewinnen. Ja? Hau doch das Ding da rein, denn! Ja! 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 Ja, ja, ja. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. So was zu organisieren hier. Das halten wir eben. Da sitzt man mit Nachbarn irgendwo am Tisch. Beim gemütlichen Schluck. Und dann macht man sich Gedanken über einen Pfeifen. Und danach schmiedelt man Pläne so eine Fahrzeugorganisierung. Das war's. 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 Alles okay, wir weiß okay Mönchen, Käfer, Isarow, auch in Augsburg sind wir froh Alles okay, alles okay, alles okay, wir weiß okay Aber Mannheim und Gerät, Wolfsburg schaubend Powerplay Alles okay, alles okay, wir weiß okay Alles okay, wir weiß okay Ausatmen Ausatmen Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018